Das ist ein frohes neues Jahr, ein verspätetes. Der Alex, der Volker und ich, wir waren heute mal angepackt Amesweiler. Lief eigentlich ganz gut, aber das seht ihr in den nächsten paar Minuten. Also, bleibt dran. Ja, was die ja nicht. Auf die Seite, wir waren heute wieder einmal zum Videobeschmack. Sie haben heute einen Lieblingsbruch, dabei. Heute haben wir die Schmack und ihre Hainsweiler. Sie haben heute noch eine Schlagflüger und den Schmack. direkt drauf was? äh 3 Bienenmaden Heyo Mose, das ist ein Lachs. Das ist ein Lachs. Rotauge. Das sehe ich so schon, das ist ein Lachs. Da ist ein kleiner. Das ist ein Mini-Lachs. Das ist ein Mini-Lachs, ja. Ach ja, dafür zwei. Das war echt ein schöner Toastik. Ja. Seit langem mal wieder einen erwischt. Kallenge. Mein Schatz. Kallenge. Diese Mengen war in der Terry-Wilberen. Das war eine Sattelung für die Mail von der Terry-Wilberen-Lachen. Das ist ein Lachs. Ja, wir sind ein Lachs. Das ist ein Lachs. Was war der faszinierende Nummer? Die Gesang und seine Bedeutung. Das ist ein Lachs-Lachs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020